Die Nummer 1, die Nummer 1, die Nummer 1 im Pott sind wir. Gestatten, mein Name ist Clemens Tönnies, ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende vom FC Schalke. Und heute bin ich hier in Reda-Wiedenbrück, um mich selber mal in meinem eigenen Büro, meiner eigenen Firma zu überraschen. Ja, Sie brauchen nicht oben anrufen, ich habe schon mit mir selbst gesprochen. Wo muss ich denn lang? Dort zum Fahrstuhl bitte. Zum Fahrstuhl, alles klar, vielen Dank. Hallo? Matze, ich bin doch wirklich stolz auf dich. Wieso Matze? Äh, Herr Tönnies. Entschuldigung. Guten Tag. Du darfst mich Clemens nennen, ich nenne dich auch Clemens. Aber Clemens, wie geht es dir? Mir geht es hervorragend. Wenn du hier in deinen eigenen Hallen uns besuchst, das finde ich aber gut. Ja Mensch, beim FC Schalke ist es im Moment ein bisschen schwierig, ne? Warum? Gibt es da wieder Trouble? Ne, ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe auch nichts mitbekommen, aber es läuft ja hervorragend. Das sind wir doch gar nicht gewohnt beim FC Schalke. Zweiter Platz. Da musst du dich dran gewöhnen. Ja, das tue ich mich schwer, ne? Ne, brauchst du dich nicht, da musst du dich dran gewöhnen. Das passiert jetzt öfter. Passiert öfter, weiß ich, weiß ich. Erstmal musst du dich natürlich ordentlich anziehen, damit du auch genauso aussiehst wie ich. Geht? Ja sicher, ach die Berufswäsche, ja sicher. Ja, entschuldige, ich meine, ich bin ja immer im Betrieb unten. Ja, und ich bin ja praktisch nur in der Verwaltung. Ne, du bist auf Schalke. So, hier, pass auf. Ziehst du mal schön anders Dinge, du weißt ja, wie das geht. Bei den guten Sachen bist du immer dabei und ich habe immer die Arbeit am Hals. Richtig, bei deiner Hochzeit damals war ich ja mit am Start. Ja, du sollst ja zu meiner Frau eine ganz besondere Beziehung haben, habe ich gelesen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, habe ich gesagt. Das würde ich mich gar nicht trauen. Ne, darfst du auch nicht. Natürlich nicht. Aber du bist ja ich. Ich bin du. Genau. Du hast auch Humor, das ist mir immer schon aufgefallen. Also ich habe auch Humor, wir zwei. Ja, wir beide, weil du bist ja die andere Hälfte von mir. Richtig, ganz genau. Also man könnte eigentlich sagen, wir lachen beide gerne über uns selber. Du lachst über dich und ich lache auch über dich. Ja, ja, wir lachen gemeinsam über mich. Das halte ich für gut und für richtig. Ich auch. Ich finde das eine sehr gute Idee. Ja, ich habe dir ja gleich gesagt, dass der Tedesco, dass das ein Guter ist. Das wirst du bestätigen. Ja, wir haben ja beide eine gute Erfahrung mit ihm. Der ist fleißig und zielstrebig und empathisch. Und der kann vor allem die Leute mitnehmen und hat Zugang zur Mannschaft und zu Schalke. Wenn mich der Aufsichtsrat fragt, was wir für Ziele haben, dann sage ich immer einen Platz vor Dortmund. So, wie was? Immer einen Platz vor Dortmund. Seit wann sprechen wir das aus? Du meinst Dortmund. Das habe ich noch nie ausgesprochen. Und ich habe dir das normalerweise auch untersagt, das auszusprechen. Normalerweise sagt man es nicht, aber immer wenn man einen Platz vor Dortmund steht, darf man es auch sagen. Dortmund, ein schönes Wort. Die Nummer eins im Pott sind wir. Die Nummer eins im Pott sind wir. Sitzt ein Schalker in seinem Garten, sagen wir mal in Reda-Wienbrück oder Liebstadt. Oder in Liebstadt, richtig, ganz genau. Plötzlich kommt eine Biene vorbei, sagt der Schalker, Moment mal gerade, wenn du hierbleiben möchtest, dann musst du erst mal das Trikot wechseln. In Blau-Weiß. Richtig. Blau und Weiß ist ja der Himmel nur, der Himmel nur. Blau und Weiß ist unsere Fußballgarnitur. Du kannst wirklich gut singen. Was habe ich von dir gelernt? Ja, sicher. Der Clemens, der kann singen. Auf jeden Fall. Ja, sicher. Das ist Reda-Wienbrück-Schützenfestschule. Ja, da kannst du dich aber drauf verlassen. Im zweiten Teil wird es noch lustiger. Da singen Clemens und Tönnies ihren neuen Hit Fleisch ist Fleisch. Fleisch ist Fleisch.